Und ein Moinzen zu den VfB News dieser Woche. Diesmal, wie gesagt, am Samstag. Wie gesagt, weil ich das in meiner Instagram-Story schon gestern euch mitgeteilt habe, da gerne mal folgen. Da kriegt ihr dann noch aktuellere Updates als auf YouTube. Das ist halt einfacher über da. Generell schaut auf den ganzen Social-Media-Geschichten vorbei, Twitter, Instagram und Co. Wir fangen hier an. Heute mit der, ja, Mitgliederversammlung. Habe ich schon im Video abgearbeitet in einem. Könnt ihr euch auch gerne nochmal reinziehen. Ich habe hier trotzdem noch kurz zwei Tabs offen zu dem Thema. Nummer eins, ganz klar, für vier Jahre Vogt als VfB-Präsident bestätigt. Wir gehen aber noch so ein bisschen die Hauptdinger durch. Eben der Vogt, der bestätigt wurde. Und ich gehe nochmal kurz den Vereinsbeirat durch, nämlich die Säule Sport und Verein machen Dr. Marc-Nikolaj Schlecht, Kai Engler und Werner Gass. Die Kategorie Mitglieder und Fans machen Rainer Wenninger, Bernadette Martini, Susanne und Susanne Schosser. Und dann Wirtschaft und Gesellschaft machen der Prof. Dr. André Bühler, Michael Astor und Martin Bietzer. Und ja, noch in den Vereinsbeirat gewählt wurden Rainer Atrion und Christian Riedmüller mit, muss ich einfach nochmal sagen, weil es krass ist, mit 95% der Atrion und 96% der Riedmüller. Ganz klare Geschichte, auch Vogt wurde mit 92,5% gewählt. Also waren viele eindeutige Entscheidungen dabei, auch in Sachen Entlastungen und so weiter. Und was auch ein großes Thema ist, was ich da gar nicht gesagt habe in dem Video, aber was ich hier jetzt anspreche, ist das Thema Geld oder das Thema Mitgliederversammlung und ja, Verpflegung, sage ich jetzt mal, weil die waren ja wirklich von 11 Uhr bis ja um 9, 21 Uhr so grob. Also extrem, extrem lang. Weiß ich, ob die was mit reinnehmen durften. Ich glaube, irgendwas Kleines bestimmt, irgendwie Tasche oder sowas oder vielleicht eine Flasche oder sowas, wie wir es in irgendwelchen Heimspielen hatten mal, dass wir irgendwie 0,5 Liter mitnehmen durften. Weiß ich, ob es da der Fall war, aber ich kann es mir vorstellen. Aber danach ist halt Schicht im Schacht. Danach zahlst du für einen halben Liter Wasser 3,50 Euro. Du musst dein Essen dort kaufen, Arena. Du wirst da richtig viel Geld los. Du zahlst ja für einen Liter Wasser 7 Euro. Und das nochmal gerechnet auf, ja, 10 Stunden oder manchmal noch mehr Mitgliederversammlungen ist heftig. Ist wirklich, wirklich heftig. Da kann man mal überlegen, ob man da was dran ändert. Aber damit ist das Thema Mitgliederversammlungen hier abgeagt. Das ist ja auch quasi ja fast eine ganze Woche her, jetzt am Samstag hier. Wir machen ein paar offizielle Transfers. Drei Stück an der Zahl. Einer aus der U19. Alexis Tibidi wechselt von Toulouse zum VfB. 17 Jahre alte Union-Nationalspieler. Ja, steigt bei Nico Willig ins Team ein. Nenne ich einfach mal, weil ja Talente immer mal das Potenzial haben, durchzustarten. Das klingt auch wieder nach einem coolen Verein oder nach einem coolen Jungen. Union-Nationalspieler, kommt aus Frankreich. Das klingt wieder nach der VfB-Schule aktuell. Deswegen will ich es hier mal mit reinnehmen. Dann sehr, sehr überraschend. War die Gerüchte auch da die Woche lang. Dann war es offiziell und auch einfach überraschend, wie gesagt. Jens Kral verlässt den VfB. Der Kollege wechselt zu Eintracht Frankfurt mit 32 Jahren. Wird da halt zweiter Keeper, also quasi einen Schritt hoch. Bei uns war er immer dritter Keeper. Den dritten Keeper bei uns würde es vermutlich einen Jugendspieler übernehmen oder halt einen Nachwuchsspieler, also Hornung oder sowas. Da ist aber auch noch nichts Offizielles. Aber da trainieren er zwei Stück gerade auch schon mit im Trainingslager bei den Profis. Eben Hornung und beim anderen weiß ich da gerade leider den Namen nicht mehr. Ja, wechselt zu Frankfurt. Außen nichts. Hätte ich glaube nicht mehr gedacht, weil das ist ja eigentlich VfB durch und durch, aber scheinbar war es wohl die Perspektive. Also der kriegt da natürlich erstmal einen Vertrag für zweiter Keeper, für Backup hinter Trapp und danach wohl auch weiter direkt einen Vertrag als Torwarttrainer oder irgendwas in die Richtung Perspektive, die er wohl beim VfB scheinbar nicht gehabt hat oder die bei Frankfurt besser bezahlt ist. Wie auch immer auf jeden Fall sehr überraschend. Und was dann auch endlich ganz, ganz offiziell wurde, ist, ja, Chris Führig. Chris Führig wechselt nun offiziell zum VfB. Er ist offiziell zum VfB gewechselt. 43 Jahre alt. Kostet wohl um die zweieinhalb Millionen. Ja, damit hat Paderborn auch, ja, das ist, ja, das Transferplus gemacht, was sie wollten. Wir haben ja von Dortmund verpflichtet nach der Laie. Jetzt haben sie Transferplus gemacht. War wahrscheinlich da auch, ja, sehr viel am BVB, weil die irgendwas, irgendwelche Klauseln hatten und hier und da und halt auch noch irgendwie mitbeteiligt dran sein wollten. Irgendwie so. Hat's ja Jahrhunderte gezogen. Den genauen Grund ist mir am Ende des Tages auch recht egal. Jetzt ist er offiziell da. Chris Führig verstärkt uns. Dann gehen wir zu Gerüchten. Wir machen erstmal Klement und Tommy. Danach kommt der gute Sascha Kalajcic. Ja, Klement und Tommy sind ja die Namen Köln zu Klement und Tommy und Schalke immer wieder genannt worden. Auch vom Kicker nochmal genannt worden, dass die kurz vorm Abschied stehen. Haben jetzt aber halt trotzdem beide sehr, sehr häufig in Testspielen gespielt, auch in der Startelf. Ist halt die Frage, ne? Also es klingt auch bei Missland immer an von wegen, jo, die können schon bleiben. So ist nicht. Wenn sie da eine Tür aufmacht für die, sind wir aber auch, verhandeln wir auch gerne und sprechen gerne und hören auf die Jungs, auf was die los haben. Also stellen sich die, ja, die Riesensteine in den Weg. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ja, ob das jetzt dann ins Schaufenster stellen ist, was er macht mit den Testspielen oder nicht. Kann man dann bewerten, wie man will. Was auf jeden Fall eher, glaube ich, wahrscheinlicher ist, ist, dass Klement zu Köln wechselt. Einfach, weil jetzt eben Schalke sich verstärkt hat mit Drexler, auch von Köln. Das heißt, da wird einfach ein Platz frei. Ich weiß jetzt nicht 100% die richtige Position, beziehungsweise obwohl bei Drexler schon, aber eher fürs Argument, dass Tommy nicht zu Schalke geht, ist Drexler nicht die genaue Position oder die ähnliche Position wie Tommy. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen unterschiedlich. Plus, dazu hat ja Köln auch ordentlich Geld eingenommen durch den Bornau-Transfer. 14,5 Millionen waren es, glaube ich, zu Wolfsburg. Also, heilige Scheiße. Wenn man dann entspricht, dass wir einen Kämpf für 5, 6 Millionen irgendwo abgeben wollen. Also, schwieriges Thema. Auch wenn da jetzt weiterhin keine Gerüchte da sind, aber der spielt ja auch, glaube ich, nicht mehr so richtig. Also, mir ist dann, wenn mehr der Name kämpft, zumindest in Testspielen nicht aufgefallen. Ich glaube, die Riesenzukunft hat er nicht. Mein App im Sommer sowieso nicht. Da läuft der Vertrag aus, den er nicht verlängern wird. Oder aktuell nicht verlängert. Ja, aber irgendwie, es wirkt für mich realistischer, dass Clement noch zu Köln geht. Ähm, eben wegen der Lücke, die frei wird bei Köln und dann eben auch so ein bisschen, was das verbaut, äh, den Tommy-Transfer zu Schalke, weil die jetzt eben doch mal eine weitere Personalie geholt haben und ja auch nicht viel Geld haben, was Köln jetzt eben doch hätte für einen Clement-fixen Transfer. Passt ja auch der Baumgart, der Trainer dort. Also, das wirkt auf mich realistischer, als dass Tommy zu Schalke geht. Aber mal gucken, ist noch nichts ganz offiziell durch. Und Müssen sagt ja auch, können ja auch bleiben. Also, mal gucken, was, was, was da die Zukunft bringt, was da die letzten, ja, der letzte Monat noch bringt. Ist ja noch Ewigkeit-Transferfenster offen. Ähm, dann, Sascha Kalajdzic, hm, kam das dicke Gerücht, ne, aus England kam es. Jetzt hat es aber auch sogar selbst Sky Sport aufgenommen, was ja auch nichts Heißes unbedingt. Die haben ja auch damals verkündet, dass Schwolo ganz sicher zu Schalke geht oder sowas war es, glaube ich. Und zwei Tage später war er in Berlin oder, glaube ich, auch Kobel haben sie irgendwo hin transferiert und dann war er einen Tag später bei uns. Aber selbst Sky hat es aufgenommen, dass der FC Chelsea scheinbar interessiert ist an Kalajdzic, sollten ihre Versuche mit Haaland, ich glaube auch mit Lukaku und den ganzen, ganzen richtig dicken Namen nicht funktionieren. Scheinbar er auch mit auf dem Zettel dort. Ähm, was natürlich auch, ja, Geld bringen könnte, ne. Also, Chelsea hat Kohle. So ist nicht. Chelsea hat Kohle. Und was Sky auch berichtet von Mislintat aus, dass wir, ja, unsere Verkäufe, die Einnahmenseite bereits abgedeckt haben durch die dicken Verkäufe von Kobel und González. Und das natürlich auch das Zitat von Mislintat, das macht es deutlich entspannter, in jeder Art von Verhandlungen hinzugehen, was ja auch stimmt. Und er sagt auch selber, Sascha hat zwei Jahre Vertrag, fühlt sich pudelvoll. Das kann man sehen, wenn die VfB-Gruppe zurückkommt. Der hat den ganzen Sommer in VfB-Klamotten trainiert. Ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen, um ehrlich zu sein, sagt er. Kalejcic selber, ja, vermeidet weiterhin ein klares Bekenntnis. Ist so nach dem Motto, jo, natürlich kann ich mir vorstellen, den VfB zu verlängern. So, warum nicht? Vertragsende ist ja 2023. Ähm, sagt aber auch, wenn mich etwas beeindrucken würde, würde ich es machen. Aber es muss erst mal kommen, oder es müsste erst mal kommen. Ja, konkrete Angebote sind scheinbar auch noch nicht eingegangen für Kalejcic. Keine Ahnung, also je länger sich der Scheiß jetzt zieht, desto nerviger wird es natürlich, einen Ersatz zu suchen. Je länger sich das zieht, desto enger wird es. Auch wenn ich da ein bisschen das glaube, im Sinne von, dass der auf jeden Fall schon wen auf der Liste hat. Für gefühlt, egal welche Position, selbst wenn, egal wer geht, hat er irgendwo auf seiner Liste jemanden, den er als Ersatz holen möchte. Oder den er, ja, sich ins Auge gefasst hat. Und Kalejcic, ja, ich meine, die Fußballromantik ist halt nicht da. So, sie ist ja einfach nicht da. Für mich wäre der Wechsel viel, viel, viel zu früh, habe ich schon oft gesagt, wäre viel zu früh, wenn der jetzt schon wechseln würde. Vor allem zu Klubs wie Chelsea, vor allem, wenn die gucken, mal Haaland, Lukaku ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Ein Jahr lang gekickt, ein Jahr lang auch verletzungsfrei gekickt, gut gescored, die Buden gemacht, sehr wichtig gewesen, super T-Träger geworden. Aber auch da, nur wenn was Geiles kommt, wenn ein dicker Klub kommt, wenn ich da geile Kohle verdiene, dann überlege ich mir das und könnte es machen. Also, die Fußballromantik ist halt weg. Sie ist halt einfach weg. Sie ist halt da, nicht mehr da. Das ist den meisten ja auch klar. Wird hier auch nochmal klar. Der kann super T-Träger sein, wie er will. Aber wenn da irgendein dicker Klub anklopfen sagt, ey, hast ein Jahr geil gekickt beim VfB, komm mal hierher. Wir sind Chelsea, wir zahlen dir so und so viel Kohle. Du kannst Champions League spielen. Dann ist er ja auch weg. Also, sie ist halt nicht da, was ein bisschen schade ist, aber was auch, ja, einfach normal im Fußball ist, aktuell und mittlerweile. Was man natürlich auch sagen muss, was hier, glaube ich, von Stuttgart Nachrichten kam, was hier auf Twitter jemand zitiert hat, ähm, ja, dass die Schmerzensgrenze beim VfB-Schar bei 50 Millionen liegt, mittlerweile. 50 Millionen. Wahrscheinlich gefühlt jeder Tag, den er nicht transferiert wird, geht, ich finde nochmal um die Millionen höher, weil es einfach enger wird, dann einen Ersatz zu suchen, was ja irgendwas Sinn macht, aber 50 Millionen. Ich finde, vor einer Woche oder so waren wir bei Sperrtsgrenze von 25, von 30 Millionen. 50 Millionen ist schon eine Meldung, also, wenn Kalein für 50 Millionen wechselt, jo, nehmen wir gerne mit, so. Weil das ist auch das Thema, der Kollege hat einen Vertrag bis zu 23, wenn er sagt, ich verlängere den nicht, dann kriegst du nächsten Sommer automatisch weniger Kohle, weil er einfach nur noch ein Jahr Vertrag am Start ist für ihn. Also, wenn du ihn verkaufen willst, sage ich auch, dann verkaufen diesen Sommer, weil ich glaube, so viel Kohle wie diesen Sommer kriegst du nicht nochmal. So, aber damit haben wir einen großen Themenblock, Kalajcic, auch abgehakt, gerne da, wie überall, alle Meinungen ab in die Kommentare zu jeglichen Themen. Hier machen wir uns auch mal kurz spontan mit rein. Stand der Ding ist, wie gesagt, heute der Samstag, der 24., so 13.30, 14 Uhr grob, wo er das letzte Mal so ein bisschen Twitter und Q aktualisiert. Wir machen einen kleinen Blog mit Spielern, mit, ja, Meinungen zu Spielern. Wir wollen nochmal hier Bredo ein bisschen hervorheben, der ja auch ein bisschen gelobt wurde. Bredo ist ein extrem kompletter Keeper, er hat einen unfassbaren linken Fuß und ein super Spielaufbau. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Fabi Nummer 1 wird, bei uns oder woanders. Auch interessant, gerade erst Müller geholt, aber da heißt natürlich auch nichts, ne. Hat aber auch gegen Liverpool schön gehalten. Also, wir haben wirklich torwartmäßig mit Müller und Bredo extrem stark aufgestellt, auch für den Bundesligisten extrem stark. Dann hier auch, Bers und Ito drängen sich auch. Auch hier vermisst hat die Meinung, Hiroki ist eine absolute positive Überraschung und auch Uemar ist schon sehr weit mit seinen 17 Jahren weiter als ich dachte. Wenn wir Jungs dazu und ins Trainingslager mitnehmen, dann haben sie auch jederzeit die Chance, sich einen Kaderplatz einweist zu machen oder einen Startelfplatz zu erkämpfen, muss man auch sagen. Also, Bejas scheinbar wirklich, ich habe jetzt nicht jedes Testspiel gesehen, was ich gesehen habe, gefällt mir Bejas auch wirklich, wirklich gut. 17 Jahre alt ist unfassbar und Ito auch. Das wäre wieder absolut mindblown, das wäre Wahnsinn. Das wäre wieder absolut ein misslinderter Masterclass. Den holst du, der ist ja aktuell noch auf Leihbasis, ne. Das ist eine, da gibt es eine Festverpflichtung im nächsten Sommer mit einer Kaufoption wahrscheinlich. Aber der ist aktuell, ist der Kollege ausgeliehen aus der zweiten japanischen Liga und macht, ist auch übertrieben, weil Testspiele, ne, aber macht den Eindruck, als könnt ihr hinten einen Kämpfer setzen. Das ist Wahnsinn, das wäre eine misslinderter Masterclass. Also, zweiten japanischen Liga. Das ist keine Liga, die Bundesliga-Niveau schreit direkt. Zweite japanische Liga, Wahnsinn. Wir machen weiter. Silas arbeitet weiter an seinem Comeback und Misslinder sagt auch, Silas ist weit in der Reha, will jetzt nicht die riesige Hoffnung machen, von wegen, der steht morgen auf dem Trainingsplatz, will er nicht machen, verrät auch nicht genau den Stand und so weiter, aber er ist top unterwegs, weit in der Reha und scheinbar liegt er vor im Plan und man hat die Hoffnung, dass es eher kürzer wird als länger, was ja auch schon mal schön ist. Dann noch, letztes Ding, Kapitänsamt hat sich so angedeutet, jetzt ist es so geworden, Wataru Endo wird Kapitän. Matarazzo sagt dazu, mir ist wichtig, dass unser Kapitän alle mitnehmen kann, der die Werte verkörpert, für die wir stehen wollen und als Beispiel vorangeht. Ich habe mich für Wataru Endo entschieden, weil er jemand ist, der auch Raum lässt, für andere Spieler die Verantwortung übernehmen und dann Nummer 2, zweiter Kandidat, ist Ersatz quasi. Falls Wataru fehlen sollte, haben wir hier hinter ihm Waldemar Anton, der auch den Führungskreis innerhalb der Mannschaft repräsentiert. Finde ich top, gute Besetzung, Endo Nummer 1, Anton Nummer 2, finde ich top, gehe ich voll mit. Und Endo hat sich auch dafür bedankt oder freut sich darüber, hat auf Instagram gepostet, frisch aus den Olympischen Spielen quasi, dass er sich sehr geehrt fühlt, Kapitän von so einem fantastischen Klub zu sein, dass er alles geben wird und dass er uns VfB, dass er sich freut, uns VfB-Fans nach den Olympischen Spielen wiederzusehen. So, wir machen Testspiele, bei denen er eben nicht dabei ist, genauso wenig wie Müller, deren Blog kommt gleich kurz. Aber wir machen kurz ein Testspiel, ein 1 zu 1 gegen Liverpool. Mit dem 30-Minuten-Test haben wir auch gestreamt, war ein sehr geiler Stream, Jungs. Philipp Förster hat getroffen, nach einer Traumvorlage von Kalajtisch mit der Hacke, da kam da auch ein Tweet, den, ja, einfach geil, Top-5-Tweets, die ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich sie sehe, einfach Goat Förster, die hat man hier geschrieben auf Twitter, passt auch, nämlich von Liverpool, der Live-Ticker zum Spiel. Sechste Minute, Tor für Stuttgart, a slick move is finished off bei Philipp Förster. Einfach, das geht von den Lippen, das ist traumhaft. Und Wacker Innsbruck hat er mit 1 zu 0 besiegt, Pascal Stenzel mit dem Siegtreffer, mit einem Freistoß, den Keeper, hätte halten können. Ich glaube, Chulinoff war es und Al-Ghadoui hatten auch dicke Chancen, da hättest du wirklich auch problemlos 3-0 gewinnen können oder sowas, also sehr, sehr schön, auch gegen Liverpool, wirklich sehr südiges Spiel, hat mir sehr gut gefallen, die beiden Testspiele, die ganz kurzen Testspiele, halbstündig nur. Und bei Liverpool muss man auch sagen, das Gegentor von Mané war auch abseits. Also in Zeiten von Videobeweis hätte das Ding nicht gezählt, damit haben wir auch so ein bisschen die Goldene Ananas gewonnen in dem kleinen Trainingslager-Turnierchen mit den beiden Clubs. Und gestern, so der Vorteil für die 2-3 News-Kapitänsabend, das Spiel für gestern noch kurz mit reinnehmen, dass das jetzt eben am Samstag ist und nicht gestern schon. Wir haben gegen Bielefeld gewonnen, 5-2-Testspiel nach 120 Minuten, ich weiß gar nicht genau warum, aber nach 19 Minuten stand es 2-2, nach 120 dann 5-2, 2 Buden von Massimo, sehr schön gegen seinen Ex-Klub, blüht da so ein bisschen auf, Sanko trifft auch weiter fleißig, 2 Buden gemacht und Erik Thormi hat ein Ding gemacht, konnten nur die Tore von Massimo sehen, in 2 Stück, weil das andere wurde, glaube ich, auch, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber ich glaube, ServusTV hat sogar auch die Verlängerung, also die 30 Minuten drauf, bis zur 120. gar nicht gezeigt, ab der 90., wenn das stimmt. Ich habe die auch noch nirgends gesehen, die Highlights dazu, ich habe nur die zwei ersten Tore gesehen von Bielefeld auf YouTube, aber die letzten drei und die interessanten Tore, weil wir haben ja noch drei Stück gemacht, 5-2 gewonnen, habe ich bisher noch nirgends finden können, also gerne, falls ihr irgendwo die Tore gefunden habt, schickt den Link in die Kommentare rein, und dann natürlich die bittere Nachricht, aus dem Testspiel, der raus musste, ist Führig quasi da und irgendwie einen Tag später oder sowas bricht der Kollege sich sein Schlüsselbein. Ja, ist scheiße, wird einige Wochen jetzt wegfallen dadurch und natürlich auch, vielleicht Transfers in Stocken bringen von Tommy oder eben Klemme, die wir vorhin angesprochen haben, wenn eben er verletzt ist, wir haben noch weitere Verletzte, also Mittelfeld vor allem, haben wir da Armada, Mangala und so weiter und so fort, wo wirklich noch, ja, auch Eckloff und sowas, also wir haben schon noch einige Ausfälle, da muss man gucken, verkleinernst du in diesen wirklich sehr, sehr breiten Kader, den du eigentlich wirklich noch gut verkleinern könntest, eben mit einem Abgang von Tommy oder einem Abgang von Klement, machst du das jetzt aber halt, ist die Frage, machst du es jetzt wirklich, wenn du eben diese ganzen Verletzungen im Hinterkopf hast, müssen wir mal gucken, wie versprochen haben wir auch noch kurz der Part von Olympia quasi, unseren, ja, Auswanderer quasi, nämlich Florian Müller, wir haben zwar verloren und auch ziemlich aufs Maul bekommen, der ersten Halbzeit gegen Brasilien, am Ende war es ein 4 zu 2, glaube ich, zur Halbzeit stand es 3 zu 0, aber Florian Müller wurde gelobt, hat sehr viele Paraden gesammelt und hat auch einen Handelfmeter gehalten, in der Nachspielzeit, sonst hätte es sogar 4 zu 0 gestanden, zur Halbzeit, und auch jeder Kunst, wie gesagt, wir haben eine Unzahl an Fehlpässen gespielt, wir können uns bei unserem Torhüter bedanken, dass wir nicht höher verloren haben, also sehr, sehr stark performt, der Müller da, haben wirklich da einen sehr, sehr guten Mann geholt, und schön ist auch, Endo mit Japan, ist ja auch der, ja, Gastgeber dieser Olympischen Spiele, hat Auftrag des Spiels gewonnen, und Endo über 90 Minuten, auf dem Platz gestanden, mit 1 zu 0 gewonnen, gegen Südafrika, so, wir machen nur kurz den letzten Blog, mit so ein bisschen aktuellen Geschichten, und quasi so Spiele, die jetzt dann da bald anstehen, doof gesagt, so ein bisschen Mix, ähm, was nämlich auch, wirklich gut Fan, schreibt jemand hier auf Twitter, dass man doch bitte, ja, einfach so ein bisschen, Impf-Teams, Test-Teams und so weiter, doch vor Stadion stellen könnte, das macht Bremen, glaube ich, Schalke hat, ich glaube auch was gemacht, gestern beim, beim, beim Zweitligastart, stell doch vor dem Testspiel gegen Barca, oder von mir ist es nur der Bundesliga, vor dem Spiel gegen Fürth und so weiter, stell doch da so mobile, Impf-Teams hin, dann musst du halt einen Termin reservieren, und so weiter, ist auch beschränkt, ist alles in Ordnung, aber mach das doch, sag denen, yo, impf vielleicht noch, bevor du ins Stadion geht, wär doch top, das würde auf jeden Fall auch funktionieren, und ist ja absolut ein passender Ort dafür, wäre ich absolut dafür, wie gesagt, viele Klubs machen schon, mal gucken, ob da vom VfB was kommt, wenn es da gegen Barcelona geht, oder eben generell zu Heimspielen, mit Präsenz doof gesagt, oder halt mit Zuschauern geht, vielleicht eine schöne Aktion, ich habe hier keine genaue Quelle dafür, habe es nur in der VfB-Story gesehen, irgendwann, ich glaube auch hier dafür keine großartige Quelle, sondern natürlich der Rest, wie gesagt, alles in den Kommentaren, in der Videobeschreibung, auch wieder blogweise, also auch mit Leerzeile, wo ich quasi meine Tabs unterteile, Barca ist ausverkauft, 25.000, die Hütte wird voll, ist ausverkauft, die Canja-Kruppe war ja schon komplett ausverkauft, nach dem Vorverkauf, habe ich ja mal im Video auch zugemacht, ein bisschen, ja, ein bisschen in Rage geredet, was aber auch okay war, glaube ich, zu dem Thema, und trotzdem, nachdem der Freie Verkauf gestartet ist, ist auch der gesamte Rest weggekommen, das Stadion ist voll, bis auf irgendwelche VIP-Tickets natürlich, dazu auch ganz schön, der VfB macht gerade so ein paar VfB-Insights, in Folge 4 haben zum Beispiel Hitzesberger und Materazzo miteinander geschnackt, war auch sehr lustig, weil Hitzesberger sich dann auch angeboten hat, bei so vielen Verletzungen im Mittelfeld, auch nochmal aufzutreten, also sehr sympathisch, wirklich sehr, sehr sympathisch, was sie da machen, auch das VfB-Insights, ein schönes Format, jetzt hier, können sie wirklich gerne ein bisschen öfter machen, haben sie letztes Jahr auch gemacht, aus den Trainingslagern, da kommen schon immer wieder, ja, Kurzclips, Kurzvideos auf YouTube, auf Twitter und so weiter, die sind wirklich sehr, sehr nice, gerne mehr davon, von sowas, und ganz zum Abschluss, habe ich hier auch noch irgendwo auf Twitter mit aufgegriffen, zum Thema DFB-Pokal, der dann auch in zwei Wochen ist, ja, ne, zwei Wochen, am 7. Samstag 15.30, müsste es sein, am 7. August, Rechtsstreit da irgendwie abgeht, aber laut einem Rechtsanwalt hier auf Twitter, wie gesagt, ne, weiß nicht, wie man die, wie man die Quelle jetzt hier nehmen kann, für wie voll man die nehmen kann, aber klingt für mich logisch so, der Gegner wird auf jeden Fall nur, hier der BFC Dynamo sein können, das heißt, es geht hier im Pokal nur darum, wird es Dynamo, oder wird es ein Freilos für uns, scheinbar, so wie es jetzt hier rausliest, wird es Dynamo, oder wird es ein Freilos, also mal gucken, ob wir in zwei Wochen antreten müssen, oder nicht, mal gucken, wann da die Entscheidung eigentlich kommt, hier steht Entscheidung wohl Anfang der Woche, also kriegt man es wohl in die VfB News sehr, nächsten Woche mit rein, wie es in den Pokals aussieht, damit bin ich durch, mit dieser Podcast-Folge wieder einiges gefüllt gewesen, aber man glaube ich, schön kompakt zusammenbekommen, hier am Samstag, euch noch ein schönes Wochenende, und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!